Hallo, willkommen zu einem kurzen Super Mario Bros. 6 Tutorial und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise Sachen setzen möchte, ich kann beispielsweise Blöcke und so einen Scheiß einfach hier so setzen oder mit einem Geist setzen oder ganz einfach entlang einer Dings setzen, das funktioniert auch. Ich kann sie aber auch genauso wieder weg machen. Ups, funktioniert genauso. Dann kann ich ebenfalls Sachen füllen, beispielsweise wenn ich das hier mache, dann hier drin einfach was mitmache, ich sage mal von hier bis hier was weg mache, ich möchte es füllen mit der Füllung, dann kann ich hier einfach reingehen. Wenn ich hier versehentlich was gefüllt habe, was ich nicht füllen möchte, beispielsweise wenn ich das, Ups, das möchte ich wenigstens, okay. Wenn ich heute was gefüllt habe, was ich nicht füllen möchte, ja, ich habe was gefüllt, was ich nicht füllen möchte, dann kann ich das ganz einfach wieder weg machen. Ja, das geht, wenn es nicht ganz so viele Blöcke sind, ja. Ansonsten stützt SMBX einfach mal ab. Wobei man immerzu gewarnt wird, wenn man ganz viele Sachen füllt. Dann fragt SMBX immer wieder neu nach. Also ich glaube, das ist auch schon sicher. Okay.